Wir haben jetzt gerade in unserem Bitcoin-Chart wieder sehr, sehr spannende Entwicklungen. Sowohl in unserem Bitcoin-1-Stunden-Chart als auch in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart haben wir zwei sehr interessante Pattern, die potenziell eine Möglichkeit haben, nach oben auszubrechen. In diesem Video werde ich ganz genau und detailliert über all die Informationen sprechen, die ich jetzt gerade aus dem Bitcoin-Chart entnehmen kann. Wenn du gerade vorhast, einen neuen Bitcoin-Trade zu setzen oder wenn du gerade bereits in einem Bitcoin-Trade sitzt, würde ich dir persönlich empfehlen, dass du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaust. Herzlich willkommen auf meinem Channel, mein Name ist CryptoKero. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin-Video. Leute, wir starten nun mit unseren kleineren Timeframes und danach gehen wir rüber auf unsere größeren Timeframes. Hier in unserem Bitcoin-1-Stunden-Chart entwickelt sich jetzt gerade hier in diesem Bereich ein sehr, sehr interessantes Pattern, welches möglicherweise ebenfalls Ausschlaggebend sein könnte für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Hinterkopf behalten, dass wir uns lediglich auf dem Bitcoin-1-Stunden-Chart aufhalten, aber durch die Preisbewegungen auf unseren kleineren Timeframes entstehen die Preisbewegungen auf unseren größeren Timeframes. Wie auch immer, jetzt gerade entwickelt sich hier in diesem Bereich ein Symmetrical Triangle, wo man nicht wirklich sagen kann, ob wir aus diesem Symmetrical Triangle dann letztendlich nach oben oder nach unten ausbrechen werden. Wenn wir wollen, dass wir aus diesem Symmetrical Triangle aktuell nach oben ausbrechen, bräuchten wir theoretisch ein Preisziel von in etwa 47.500 Dollar. Jetzt gerade sind wir bei einem Preis von 47.340 Dollar. Das bedeutet, es fehlt uns nicht mehr allzu viel, damit wir aus diesem Symmetrical Triangle nach oben ausbrechen können. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. Wenn wir hier unter das Preisniveau von 47.000 Dollar fallen sollten, wären wir gleichzeitig aus diesem Symmetrical Triangle nach unten ausgebrochen und müssten uns dann theoretisch darauf einstellen, dass wir weiterhin mit dem Bitcoin-Preis nach unten gehen werden. Natürlich möchte ich euch auch das Preisziel aus diesem Symmetrical Triangle anzeigen. Wenn wir aus diesem Symmetrical Triangle es schaffen sollten und nach oben ausbrechen, wäre theoretisch unser Preisziel bei in etwa 50.800 Dollar. Wie gesagt, das Ganze funktioniert auch andersherum. Wenn wir aus diesem Symmetrical Triangle nach unten ausbrechen, wäre theoretisch unser Preisziel bei in etwa 43.700 Dollar. Jetzt erst einmal bleibt es auf jeden Fall spannend, ob wir denn letztendlich aus diesem Symmetrical Triangle nach oben oder nach unten ausbrechen werden. Zuvor haben wir hier gekennzeichnet mit dieser schwarzen Widerstandslinie und mit dieser schwarzen Supportlinie einen kleinen abfallenden Trendkanal gehabt. Aus diesem abfallenden Trendkanal sind wir hier in diesem Bereich nach oben ausgebrochen. Wenn wir uns das Volumen zu dem Zeitpunkt anschauen, wo wir nach oben ausgebrochen sind, können wir sehen, dass wir zwar nicht das stärkste Volumen hatten, aber zumindest war diese Volumenkerze höher als die vorangegangenen Volumenkerzen. Im besten Falle sollten wir bei einem potenziellen Ausbruch nach oben aus diesem Symmetrical Triangle ein höheres Volumen haben als zuvor. Aber wie gesagt, Leute, das war noch nicht alles. Ebenfalls in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart haben wir jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und zwar habe ich hier diese Widerstandslinie angegeben bei in etwa 48.000, 48.100 Dollar. Und auch hier können wir erkennen, dass wir bis zu dieser Widerstandslinie angekommen sind und dort erneut von dieser Widerstandslinie rejected wurden. Das ist kein allzu gutes Zeichen für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Wir sollten es unbedingt schaffen und in den nächsten Stunden über diese Widerstandslinie hier in diesem Bereich bei in etwa 48.000, 48.100 Dollar nach oben ausbrechen. Wenn uns dies gelingen sollte, wäre der nächste Widerstand in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart hier bei in etwa 49.300, 49.400 Dollar. Wenn wir einmal unsere EMA-Ribbons dazu einschalten, können wir sehen, dass der höchste Punkt von unserem EMA-Ribbon in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart ebenfalls exakt bei in etwa 48.000, 48.100 Dollar liegt. Das bedeutet, wenn wir es schaffen sollten und die 48.000 bis 48.100 Dollar hinter uns lassen können, wären wir in Bezug auf unsere EMA-Ribbons wieder bullish unterwegs in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart. Und nun Leute, gehen wir einmal rüber in unseren Bitcoin-Tages-Chart. Hier haben wir zuvor dieses Falling-Vedge hier in diesem Bereich gehabt und aus diesem Falling-Vedge sind wir dann letztendlich nach unten ausgebrochen. Was wir jetzt gerade erkennen können, ist, dass wir uns erneut so ziemlich genau auf dieser roten Support-Linie von diesem Falling-Vedge aufhalten. Weiterhin ist es wichtig, dass wir uns mit dem Bitcoin-Preis oberhalb von dieser roten Linie aufhalten können und dass wir dann im besten Fall uns weiterhin von dieser roten Linie entfernen können. Das bedeutet, den Absprung schaffen von dieser roten Linie und dann letztendlich mit dem Bitcoin-Preis stärker nach oben gehen können. Viele Menschen vergessen bereits, dass wir nach wie vor ebenfalls in unserem Bitcoin-Tages-Chart ein sehr, sehr wichtiges Pattern haben. Über dieses Pattern habe ich bereits einige Male in meinen letzten Videos gesprochen. Wir haben hier das sogenannte Three-Rising-Valleys-Pattern und nach wie vor ist dieses Pattern valide. Das bedeutet, nach wie vor haben wir sehr gute Chancen darauf, dass wir mit dem Bitcoin-Preis sehr, sehr stark nach oben gehen werden. Dazu möchte ich euch noch einmal das Beispiel von diesem Three-Rising-Valleys-Pattern anzeigen. Dieses Three-Rising-Valleys-Pattern entsteht aus drei sogenannten Valleys. Das erste Valley haben wir hier in diesem Bereich gefunden, das zweite Valley war hier in diesem Bereich und nun sind wir möglicherweise aktuell dabei, das dritte Valley zu bilden. Wir gehen einmal zurück in unseren Bitcoin-Tages-Chart. Hier können wir erkennen, dass wir nach wie vor schaffen, diese schwarze Linie bzw. dieses Valley in diesem Bereich bei in etwa 46.500 Dollar zu halten. Auch weiterhin ist es sehr, sehr wichtig, dass wir mit dem Bitcoin-Preis uns oberhalb von 46.500 Dollar aufhalten können bzw. dass wir nicht unter die 46.500 Dollar fallen. Das potenzielle Preisziel aus diesem Three-Rising-Valleys-Pattern liegt nach wie vor bei in etwa 108.000 Dollar. Natürlich können wir nicht erwarten, dass das Ganze von heute auf morgen passieren wird. Aber nicht nur das, Leute. Wenn wir das Ganze einmal etwas größer ziehen, können wir sehen, dass sich hier gerade in diesem Bereich ein sehr, sehr bullisches Pattern auftut, was möglicherweise dafür sorgen könnte, dass wir dann letztendlich den Absprung von diesem dritten Valley schaffen und dann anschließend mit dem Bitcoin-Preis sehr, sehr stark nach oben gehen können. Und zwar entwickelt sich jetzt gerade hier in diesem Bereich ein sogenanntes W-Pattern, was in der Tat ein sehr, sehr bullisches Pattern ist. Um aus diesem W-Pattern nach oben ausbrechen zu können, brauchen wir aktuell ein Preisziel von in etwa 51.500 Dollar. Wenn wir es schaffen sollten und aus diesem W-Pattern nach oben ausbrechen können, möchte ich euch natürlich auch nochmal das Preisziel anzeigen. Und zwar, das Preisziel aus diesem W-Pattern würde dann liegen bei in etwa 58.000 Dollar. Ein ziemlich bullisches Preisziel für Bitcoin in den nächsten Tagen, aber auch in den nächsten Wochen. Und natürlich werde ich euch auch weiterhin up-to-date halten über meine verschiedenen Social-Media-Channels. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen und außerdem hättet ihr eine zusätzliche Möglichkeit, um euch selbst durch meine Social-Media-Channels immer und immer up-to-date zu halten. Außerdem würdet ihr immer mitbekommen, wenn ich neue Trades setze oder diese Trades dann letztendlich wieder schließe. Vielen Dank, Leute. Das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau danach haltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.